Seit ich Vater geworden bin, bewegen mir immer wieder die gleichen Ratschläge. Du hast jetzt vielleicht das Gefühl, du musst das Kind hochnehmen, aber dann verwöhnt du es zu sehr. Damit verziehst du dein Kind. So wird dein Kind nie selbstständig. Helfen diese Weisheiten uns wirklich oder sind sie nicht eher gefährlich? Und dann hat man die Vorstellung, mein Kind muss jetzt selbstständig schlafen. Und dann verhärten sich die Fronten. In diesem Film begebe ich mich auf eine Reise zu Menschen, die diese alten Weisheiten auf den Prüfstand stellen. Ob tatsächlich die Art des Umgangs mit Säuglingen Auswirkungen hat auf die weitere Entwicklung dieser Kinder. Wann findet Gewalt wirklich im Alltag mit unseren Kindern statt? Wir haben den empirischen Beleg dafür schon sehr lange jetzt eben durch die Bindungsforschung. Die jungen Eltern müssen lernen, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Ich möchte neue Antworten auf eine alte Frage finden. Was brauchen Kinder? Was brauchen Kinder? Untertitelung des ZDF, 2020